ich glaube es war das hier ne ja so da entsteht jetzt erst mal jede menge munition und auch gar nicht mal gar nicht mal langsam 240 schuss haben wir schon mal wieder okay so motoren habe ich gesehen sind hier das ist gut warte und der mixer ist neu dafür brauche ich aber allerdings auch alu warte ich wollte zum transport lkw motoren wie gesagt habe ich hier ich brauche gummi und ich brauche platinen und stabile modulare rahmen aber gummi und platinen hole ich von den öl inseln das mache ich mal jetzt sofort und vielleicht bringe ich auch noch ein paar motoren mit falls ich welche finde denn was man hat das hat man aber ich habe immer noch keine ahnung ob ich ob ich das da oben hin bekomme ich weiß gar nicht war da oben wasser denn wenn ich wenn ich da oben wo ich das bauxit gefunden habe auf dem berg wenn da auch wasser ist cola habe ich gesehen ist da oben dann aber ich meine da waren so kleine bäche und sowas aber ich bin mir jetzt nicht so sicher ich muss da noch mal hoch und um da noch mal hoch zu kommen bei euch halt entweder hier sowas oder ein treppenhaus also ich sollte zeug für fundamente mitnehmen aber auch für die hyper tube ich glaube für die für die halber tube brauche ich einfach nur blech und stahl beton und platten tonplatten und stangen du heilige scheiße das wird ja ein spaß so also was habe ich gesagt brauche ich von hier ich brauche hier auf jeden fall gummi immer so 400 gummi mit dann habe ich gesagt brauche ich auf jeden fall platinen nehmen wir auch mal so 200 mit gummi und platin ja ok was ist mit was ist mit motoren es sind noch welche da aber wie viele ja komm nehmen wir noch mal 48 mit dem scheiß kann man ja nie genug haben hier vielleicht noch irgendwo ach guck mal nehmen wir die gleich noch mit haben wir ein problem weniger so genau diese komischen special barren na gut die habe ich ja in der hand also der lkw habe ich habe ich habe ich habe ich habe also müsste ich den schon mal bauen können das mache ich jetzt aber logischerweise nicht hier das komme ich ja von dem von hier gar nicht mehr weg also wahrscheinlich schon irgendwie aber nicht nicht so wie ich das jetzt haben wollte also und ich brauche natürlich ja auch noch strom bis dahinten hin kann ich also auch direkt schon mal anfangen stromleitungen zu verlegen zu dem Quarzberg quasi und von da dann von da dann hoch da ich jetzt ja wieder ein bisschen muni nach falsch da ich jetzt ja wieder ein bisschen munition habe ich weiß nicht bedeutet das 240 schuss oder bedeutet es 240 magazine ich glaube 240 schuss ah fuck ich habe keinen sprit mehr mitgenommen na zum glück jetzt noch eingefallen zum glück kann man da drin umdrehen denn ich brauche noch mehr sprüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü allen wenn ich jetzt ein lkw bau bei sprit für den lkw ich brauche sprit für den jetpack so jetzt muss ich noch mal rausfinden wo ich das hingebaut habe aber vermutlich da hinten aha ich schaffe es ohne nasse füße zu kriegen vielleicht schaffe ich sogar ohne sandige füße zu kriegen hat geklappt so also wenn ich der sprit wäre wo 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 vielleicht hier hinten ist jedes mal dasselbe jedes mal bin ich hier und weiß nicht wo ich das mache also hier offensichtlich nicht dann ist es doch da drüben irgendwo oder mich jetzt völlig bescheuert ist es vielleicht noch hier ja ich glaube es war sogar noch auf der seite ist das nicht sogar dieser stapel hier ja es ist dieser stapel hier hier ist eine menge wo wo es ende hier oben guck mal alles voll und dann wird einfach geschreddert ok so 800 sprit wird damit komme ich erst mal eine weile aus gut jetzt können wir zurück hop so Das ist gespawnt. An der Stelle gerade, weil ich dran vorbei bin.